guten tag hier ist der guso was geht leute ihr seht hier meine base aber jetzt kommen man natürlich erst mal wieder zu mir ja frise fresh dabei und denke mal ist mal wieder nötig gewesen ich sah schon wieder so aus wie so ein bär um die eier und das ist natürlich nicht so toll so und dann natürlich auch wieder so eine kleinigkeit manche die ja hardcore suchten in dem fall meine videos hardcore suchten die werden es gemerkt haben und zwar ich guck mal gerade wo ich jetzt hier in diesem bereich normalerweise habe ich halt mein pop schutz verbindungs ständer da habt ihr normalerweise mal dieses kleine schwarze strichen hier gesehen und jetzt habe ich mir das ein bisschen umgestellt klar ihr seht natürlich mein mic noch hier und den pop schutz selber auch aber wieder so ein bisschen was weg und schöner gemacht weil das ist auch immer wieder dieses man will wieder ein bisschen was perfektionieren auch wenn das nur eine kleinigkeit ist andere sagen natürlich bestimmt naja egal hat mich eh nicht gejuckt ist nie weiter wild aber so eine kleinigkeit sind es halt immer wieder die das leben toll machen ansonsten haben wir natürlich hier wieder den boost am start ist ja wohl mal ganz klare sache ha 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 und das ist auch mega geil also ich bin ich hatte das ja im letzten video weiß ich nicht mehr weil das schon wirklich so ultra lange her ist wieder wann ich das aufgenommen habe ist es halt eben so dass ich gesagt habe eigentlich wollte ich wieder was runter gehen und habe halt wirklich mir gesagt kommt leute goblin action einfach nur weil jetzt wirklich wisst ihr selber der boost ist gerade halt fast for free kannst du sagen also der karl der der minen und sammler boost und natürlich borer nicht mora sondern borer boost der ist ja wirklich geschenkt und den nimmt natürlich fast jeder und dann kann man natürlich auch sehr schnell mal jemanden erwischen der halt wirklich richtig schön volle minen und sammler hat und das läuft dann richtig lecker also das finde ich richtig cool und deswegen die kobe sonst würde ich halt auch sagen only kobe ist nicht unbedingt aber in so einer boost phase kann man das meiner meinung nach richtig gut bringen hier lohnt sich nicht wirklich also ich würde schon sagen so 200 von beidem oder man hat halt wirklich 100 sage ich jetzt mal 100 von beidem und weiß hundertprozentig dass es wirklich ganz easy nur im minen und sammler ist dass ich halt wirklich sagen kann gut okay kommen die nehme ich einfach mit und fertig so ansonsten geht es ja ich ich hau da wieder so ein bisschen real talk mit rein es geht hoffentlich heute auch noch weiter also ich würde gerne noch mit ramples aufnehmen ich würde gerne areto hat sich noch angemeldet den würde ich natürlich auch gern noch ab sehr nicht nicht ab sehr ab servieren nein sondern ja ab frühstücken also mit ihm halt eben auch was machen lichte der kleine gönner ist ja ganz hoch im kurs bei mir weil er ist ab donnerstag wieder in der hut und wenn ihr euch das in eure kalender eintragen möchte dürft ihr dies auch gerne tun wir werden garantiert auch wieder denke ich mal ins kino gehen einmal das heißt also wenn ihr ein bisschen böcke drauf habt wieder den kleinen lichte zu sehen der der er sonst das haus nie verlässt dann ja ist da die möglichkeit weil in verbindung mit dem gusuar traut er sich das dann doch schon mal und da lassen wir ihnen einfach mal gönnerhaften kinofilm ja mit mir angucken und das ist dann wieder in hamburg also nicht in wien oder sowas nein er kommt wieder nach hamburg city ah der war der war der war nicht schlecht er hatte 400.000 Mh ja ich sag mal hier theoretisch auch gar nicht so verkehrt gusuar im rassinier so könnte man theoretisch und dann ach kommt leute machen wir einfach mal den anderen hätte ich natürlich auch schon machen können wir machen erst mal das zeug hier so ein bisschen weg dass die goblins auch wirklich nur dorthin rennen wo sie hin sollen ganz klar ganz klare sache und dann sollte hier rasiering time sein Mauer ist gleich dauernd und ich hau hier gleich noch ein rage raus rage dich tot den anderen lassen wir das sollte passen der eine gift sollte ganz nice sein hier für die ganzen riesen so jetzt die goblins die goblins gibt's den goblins so zack genau auf die anderen Lager da hinten noch ganz genau dann passt das und dann ist das ganz ich hau die einfach rauf einfach rauf mal gucken vielleicht kriegen wir sogar das townhall sieht fast so aus und guckt euch das bitte an bitte angucken da bitte angucken also wenn man wirklich die goblins spammt also richtig ultra hart spammt dann kommt da auch was bei rum jetzt kriegen sie natürlich richtig auf den sachen alter der rage hat es noch gebracht Jungs der rage hat es noch gebracht und somit sind wir da ridiculous hart durchgerannt und ja einfach nur mit goblins den unordentlich abgezogen ist doch vollkommen in ordnung oder Ganz ehrlich vom loot her vollkommen in ordnung die goblins haben fast nichts gekostet einer kostet 100 elix das ist also gar nichts und jetzt guckt ihr euch das bitte mal ganz kurz an Ich bin jetzt wieder ganz weit runter gefallen jetzt seht ihr gleich was ich habe hier gar nichts gespendet weil also ich habe auch wenig angefragt natürlich weil ich möchte nicht anfragen ja hier komm 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 gibt mal her gibt mal her gibt mal her und Ich spende selber nichts weil ich halt nur die goblins drin habe klar ich meine ich will nicht irgendeinem da die goblins rein drücken Es sei denn da steht alles drin dann wird natürlich auch werden natürlich auch goblins reingeballert So jetzt habe ich genug nur einfach so rumgelabert Weil ihr werdet das doch garantiert mitgekriegt haben Ich bin ja immer schöner Ich bin ja immer schön am Mauern farmen klar Layout anpassen Wir sehen wir haben 14 Mauern so und jetzt spätestens jetzt Überlegt sich der ein oder andere doch garantiert Die schwerter bewegen sich Das wird sich garantiert einer denken Daher gucken wir mal kurz rein Aber das denkt sich garantiert der ein oder andere Wie kommt das Dass der Guzua Nicht irgendwie diese Drei Millionen In eine Mauer Reingesetzt hat Nein Habe ich nicht getan Klar Weil jetzt In dieser Folge Es passiert Und zwar Ja Ich Upgrade Mein Rathaus So wird es sein Wir gucken den hier einfach jetzt nochmals Wow Alter Ich würde mal sagen Nein Nur bei Drachen kann man sich auch vertun Bei Drachen kann man sich hardcore vertun Sollte passen Aber wirklich Wenn man so jetzt rauf guckt Denkt man Knappe Kiste Aber nee das sollte passen Das sollte Ohne Probleme gehen Zumal Pekka ist auch noch am Start Das passt Aber ich dachte jetzt Gerade echt Das wird eine knappe Kiste Aber guck mal hier haben wir dann nur noch Den Boogie Turm Der da irgendwas regeln könnte Passt Bäm Junge Direkt ins Gesicht Vom King Der sitzt da Ja okay So Jo Würde ich mal sagen Also ich denke mal Ja die Fragen kamen natürlich immer wieder Oh Wann gehst du endlich hoch 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 Ich bin der Meinung jetzt ist halt wirklich Jetzt muss ich nochmal kurz gucken wie sieht Ja wir sind erstmal schöner am Gewinn Läuft auf jeden Fall Äh jetzt ist die Zeit einfach wirklich da Weil Ich will natürlich dann nicht am Ende da sitzen Ich hab alle Mauern oben Und dann Ja Warte ich die Zwölf Tage sind es glaube ich Und Mach halt nichts Weil ich halt Meine Ressourcen eh nicht Haben kann Ihr wisst was ich meine Und guckt mal bitte Was dann neu kommt Also klar logisch Jeder ist natürlich total geil Auf die Infernus Klar Aber überlegt mal Also was auch eine richtig Richtig freshe Sache ist Ist einfach mal Der nächste Bohrer Richtig krass Dann nochmal ein X-Bow Auch richtig krass Kanone ist total egal Bogieturm ist jetzt auch nicht so Der Knüller Fallen kommen nochmal dazu Hm Okay Klar Mauern Hier haben wir wieder richtig Richtig Kohle Was reingeht Na klar Aber ansonsten Ist das schon echt Jetzt auch dieser Schritt Der halt kommen muss Logisch Und deswegen Sagen wir Fuck you Wir gehen Nach oben Offiziell Ist es jetzt Soweit Der Guzoa Geht nach Weit über Zwei Jahren Auf Town Hall 10 Also Ist schon richtig Kranker Shit Auf jeden Fall Und Gefällt mir natürlich Klar Aber Man muss sich das mal überlegen Wirklich Von einem gerushten Town Hall 9 Auf Town Hall 10 Mit Town Hall 9 Max halt Soweit Dauert es Zwei Also klar Es gibt natürlich die kranken Spieler Aber ich bin halt so dieser Ich würde mal wirklich sagen Der normale Spieler Der wirklich ganz normale Spieler Dauert das Zwei Fu King Jahre Das ist schon richtig Richtig krass Und Ich kann das auch verstehen Dass dann andere Irgendwann mal wirklich Die Lust Verlieren sage ich mal Weil es halt wirklich so lange dauert Aber gerade das ist irgendwo der Reiz am Spiel Dass du sagen kannst Yeah Läuft bei mir Das soll es auch erstmal gewesen sein Jetzt gucken wir nochmal Ob wir hier noch ein Fight drin haben Wenn dem so ist Ich kann mich echt schämen Ach ne ne das Ne Schämen wollen wir uns nicht Eine Verteidigung Ja wir wollen keine Verteidigung Wir wollen den mal richtig schön Hier zickzack Zickzack rasiert mit den Zweier Überlegt es euch bitte Mit den Zweier Drachen Und er hat auch nur neun davon Also Ich geh mal davon aus Dass er in der CB halt eben auch nochmal ein Drago Ne Ja doch doch Ja ja doch Müsste ja passen Wenn ich nicht komplett falsch liege Müsste er in der CB auch noch ein Drache Bekommen Haben bestimmt Und dann Sollte das laufen Ich geh mal hier ein bisschen schneller Wir wollen ja sehen Wann hier irgendwo was passiert Also auch Loot sehe ich gerade Ich hab zuvor gar nicht drauf geachtet Ich dachte einfach nur Ah ja gut okay Der wird halt eben angreifen Wegen Wegen der Wegen dem Liga-Bonus Klar dass er noch höher kommt Und so weiter und so fort Bäm Splash Junge Ne ich denke dann hätte er Wenn es Ein Drago in der CB gewesen wäre Hätte er den meiner Meinung nach Schon gedroppt oder? So King hat er auch noch nicht Aber guckt mal wie gut die durchlaufen Echt ey jetzt mal ohne Witz Das ist hier nicht so verkehrt Ah ja ich sehe das hier Ja es tut mir leid Es tut mir wirklich leid Er hat wohl einen Doofen gefunden Der halt wirklich komplett Einfach mal seine Luftabwehr Upgradet Das ist natürlich Ja da sagst du dir halt auch Wunderfein Ist ja wohl mal ganz klar Logisch Da nimmst du natürlich mit Und dann machst du natürlich Einen schönen Tuster Ja ganz klar Logisch Aber da seht ihr es einfach mal Nicht die Dev Zeitgleich Das gleiche halt Upgraden Also nicht alle Minenwerfer Auf einmal Nicht alle Teslas Na ne auch nicht alle Teslas Auf einmal Aber halt bei den Luftabwehren Ist es natürlich am krassesten Nicht alle Luftabwehren Nicht alle Luftabwehren auf einmal Dann werdet ihr sogar von so einem In Anführungsstrichen Kleinen Level Gegner angegriffen Townhall7 Townhall7 ist er Und der macht euch dann nackig Und der nimmt nicht mal seine CB Hier hat er noch den King gedroppt Und das war es dann Krasse Kiste Das soll wie gesagt von mir gewesen sein Also ihr wisst In 12 Tagen Richtig Ja 11 23 In 12 Tagen Geht es dann los Und ja Passt natürlich perfekt Gerade dann nach dem Update Und so denke ich mal Ist das eine ganz ganz chillige Sache Und dann muss ich gucken Wie ich mich da wieder rein fuchse Ob ich sage Gut okay Die 20 Truppen Die ich dann ja mehr habe Sobald ich halt meine Armeelager Abgegradet habe Die könnten natürlich So ein Game Changer sein Dass ich sage Okay ich mach erstmal nicht so viel Mit Queen Walk Oder eben gerade dann Also ich bin total offen Für alles Oder wie auch immer Das sehe ich ganz easy Auf mich zukommen Das war es von mir Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich wünsche euch was Ciao Ciao